so guten morgen schönen montag und guten start in die woche wünsche ich euch allen so jetzt die zeit endlich mal bei nacht los unsere pumpen sind noch nicht fertig ich habe so gut wie gar nichts mehr zwischendrin gemacht noch am sonntag so dass wir jetzt einfach aufbrechen noch mal gucken ob wir was entdecken können ich habe jetzt mal den normalen weg auch irgendwo hingehen jetzt gott wir können vielleicht auch die punkte einsammeln hätte sich dann auch gelohnt und gewaschenes ding du schon wieder jetzt zurück in den garten klung 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 ganz schnell ab durch die mitte genau wir haben nacht steht hoffentlich als nacht ja dafür müssen wir platz haben wir uns was anderes vor hat geklappt super hier jetzt haben wir schon wieder vergessen plot mitzunehmen für die gewünschten da hinten für noch irgendwie ein jäger zu finden wird es noch mal gefährlich aber ein bisschen pfeffer und running geht halt auf ok also wieder gibt es hier genug genug ich habe gesicht für die jahre zu finden genau ok 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 so gut aus rosa pink knall dann dreht man alles besser ganz normale hühner hier ist das portal das uns nach hause bringt kann aber nicht alles ein doch ist es schade kauft jetzt noch was zu entdecken hier vor die krawalow musik aber hier ist ein und strukturen die gehen dann direkt zugrunde da unten drin perfekt ich weiß nicht ob wir hier schon waren ja neues gebiet schon alle verwandelt kenne ich die haben es nur wieder auf mich abgesehen sie hat hat er mich gebissen war auf junge ja auf damit wo wo wird es echt eng zieh dich ist auf das hier abgesehen noch ganz freundlich was ein kampf hier habe ich kaum noch hp ist ja ganz süß aber jäger plot können unsere eigenen jäger basteln nur nach hause kriegen ah nee komm das ist doch nicht normal ah da oben sitzt ein ding ist ja 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 boah vergiss es ich bin weg ey voll ey oh das ist gemein echt gefallen nein ich bin k.o. oh hallelujah wenn ich jetzt geschrien habe ist ja echt krass oh man ich will die jäger blöd ganz im anderen kann ich verzichten okay das sind mehrere phasen geräte ne doch nicht alles einsa egal oh das ist echt die jucke versemmelt ey ich hätte mit einem gigaplot schon einen satz machen sollen ganz ehrlich aber jetzt habe ich die chance nochmal jäger zu kriegen hm 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 Oh Oops Was steht gerade am PC ganz wichtig Ich hoffe es ist nicht am schlabbern Aber dann habe ich auch die richtige Einstellung für Slime für den nächsten Ah Ich setze da mal eben nach Ich weiß ja jetzt wo es lang geht Ich will den Jägerplöd unbedingt noch retten heute Der Knäuel ist hier angekommen Ja aber nicht jetzt Links rum habe ich mir ja echt gemerkt War aber jetzt nicht der richtige Weg Doch Ist nur hier lang Und hüpf Ich hoffe das ist jetzt richtig Mein eben war das nicht so Ja mein Gedächtnis Ne das hier ist ein anderes Platz Oder Ja Ist definitiv Wird schon wieder woanders lang gedackelt Unglaublich verwirrend hier Aber Warte mal Wenn ich genug Pfeffer habe Sollte ich es doch eigentlich Darüber schaffen Da muss das ja sein Da muss das ja sein Komm Okay Da sind die Jägers Nur ein bisschen Pup von euch Also chill Aua 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 Boah Spriesrutenlauf Die Honigjäger Die sind eigentlich ganz gechillt Die sind ja voll die Akkus Die haben Hunger Ich meine Das geht mir auch nicht besser Wollte ich ja zugeben Spriesruten Weil sie gegessen haben Sind sie erträglich Komm jetzt mach mich wieder ein Blödschen hier Du hast drei Jäger Blöds Oh ja Okay Das haben wir fast geschafft Und da habe ich wohl mal gesehen Ja Da ist einer Fleisch Jäger Gordo Okay Ich würde sagen Wir machen sofort die Mücke Und dann gucke ich mal Womit wir den Jäger fixen Ichschen Kann doch mal sagen Was er sagt Wo Was ihr meinten Würde ich dir am besten Impfen sollte Mit solchen Tieren Früher Früher schon eine antwort habe Und dann entscheide ich irgendwas Also die ganz schnellen Dann machen wir das Ja Ich habe direkt wieder darüber Aber Vielleicht gibt es ja hier irgendwo direkt Report Wie Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag Hallo 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 Tag Jo Hat sich gelohnt Und 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 Komm schon Iiiiiiii Uhuuu Geil Omat Sorry aber Nachdem wir uns da aufgefressen haben mehr oder weniger Bin ich jetzt echt glücklich So Dann machen wir noch eine schnelle Gartenrunde Jäger plört Und Geil Hier sind unsere Allesfresser Und zwar und wo haben wir hier drin Die kleinen Honics Und da wisst ihr was Wir machen direkt die Wir machen direkt die Jägerhonig Aber ich habe keinen originalen Honig mehr Wir haben aber wieder Fruchtfleischfresser Was echt praktisch ist Macht ganz schön Stress Jungs Ach du Brüder Und der Honigpuffi ist voll So Ach Jungs Na ja gut Komm mal ob wir sich da freuen Ähm Den Honig schmeißen wir direkt hier rein Jäger produzieren wir ab jetzt Dann bräuchte ich auch nicht mehr lagern Können wir überhaupt bauen Wir können bald ein Wort bauen Geil Das ist mega Das ist mega Das ist mega Ihr seid Früchtis ne Ja Frucht und Gemüse Ihr seid alles Frutarala So Machen wir noch schnell ein bisschen Garten Dann kommen wir schon am Ende für heute Eben noch einfüllen So Minzmangos Dann komm die Lager aber direkt rein Dann komm die Lager aber direkt rein Hier werden wir eh alle nicht mehr los Gibt es eigentlich noch eine beste Gartenstufe? Hatten die Lütze oder so gab es doch früher ne? Kann ich Was drauf wetten Ah hier kleine Fütterung Da wird schon wieder Ach du heiliger Ich weiß ja auch irgendwie wieder mit dem Kurt rumspielen Boah Ach du heiliger Oh das denn da noch nichts rein gekommen ist Oha Ach du heiliger bevor man eine runde macht muss man erst mal aufräumen ja wagen witzig irgendwie noch ein upgrade für uns leider nicht aktuell nicht im essen spielen da auch schon rum letztlich ein paar ganz besondere hier das wieder voll er muss ich heute nachmittag mich ein bisschen um den garten kümmern jede menge die sind auch schon wieder ich muss heute mittag auf jeden fall mich darum kümmern euch jetzt einen schönen tag und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder also tschüss